Hey Leute und herzlich willkommen bei mir, Rollon1. Ich habe letztens wieder mal gestreamt und ich habe gedacht, ich werde diese Stream-Ausschnitte nach und nach zeigen, weil ich fand das irgendwie so witzig, das muss YouTube auch miterleben. Klar, ich habe das auch schon noch nie so gemacht, Highlights so, aber bevor ich keine Videos mache, mache ich lieber Videos mit Highlights-Ausschnitten über Streams, weil zur Zeit echt wenig Zeit gehabt und andere Sachen, ich weiß nicht, wenn ich das in diesem Team, ich wollte eigentlich nie Real Talks machen, aber in der letzten Zeit so viele Real Talks, also nie ist auch ein falsches Wort, also so häufig. Weißt du, jedes Mal kommt ein Video und dann muss ich mich entschuldigen. Yo, Entschuldigung, dass ich keine Videos gemacht habe, weil so und so. Diesmal ist es wegen Umzug und ein paar Probleme mit Wasserschaden, paar Probleme mit anderen Sachen, dann ein paar Leute, die mich immer genervt haben und das ist vielleicht ein anderes Thema wert, wenn ihr Bock habt, da mal irgendwas zu hören. Aber ich habe jetzt ein anderes Thema vor, ich werde mehrere Highlight-Videos machen, weil Videos irgendwie auszudenken, dann das zu machen, das ist an sich nicht schlimm, aber dann so richtig lustig gestalten und dann schneiden und dies und das. Da überfordere ich mich einfach, weil ich irgendwie immer besser werden will und immer dies und das und dann diese Zeit und ja, das ist einfach richtig nervig und ich bin gerade richtig verwundert, dass ich diesen Satz zwei Minuten lang ohne Fehler sagen konnte. Krass, muss ich sagen, Alter, hätte ich nicht gedacht. Ich habe in diesem Highlight-Video Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt. Ja, vielleicht mögen manche Leute hier auf diesem Kanal keine Shooter-Games, muss man auch nicht mögen, weil in diesem Video einfach nur genießen. Wir haben Feuergefecht gespielt, das ist ein Modus, wo man zwei gegen zwei gegen Leute spielt und wenn man tot ist, ist man wirklich tot, dann muss man auch den anderen Teammate hoffen, dass er die anderen Tick hält, beziehungsweise vielleicht nur noch ein. Und das ist irgendwie voll nice, irgendwie voll lustig und da haben wir zweieinhalb Stunden überhaupt hier aufgenommen und ich werde immer ein bisschen was zeigen und verschiedene Teile machen. Und ich werde jetzt nicht mehr rumschnacken, ich werde euch jetzt diesen Ausschnitt zeigen. Viel Spaß. Nee, nee, okay. Ich habe alles drum und dran. Ich freue mich schon wieder ein bisschen, was wir machen. Die letzte Zeit war echt Aua für mich. Aber es beruhigt sich so langsam wieder und ich bin sogar wieder umgezogen. Tschüss. Voll gefechtet mein auch, dass du nicht besser im Modus. Aber die Modus ist ja immer besser. Ich verziehe immer so ein bisschen nach unten, das ist not gut. Keine Knapp. Ah, mal gucken, die Waffe ist sehr, sehr interessant. Lol. Okay, ich möchte mich noch nicht mehr machen. Nein! Ich bin mir schon vor Ort, auch. Oh mein Gott! Du bist geschleckt. Scheiße. Ja, habt ihr Störungen? Also hört ihr irgendwie so rauschen bei euch zwischendurch? Mach mal den Sprachschritt einfach an. Einfach so aufs Jux. Wurde ich gerade eben abgeschossen. No, runtergefallen. Easy. Erklärt wird. Boah, ich bin ein krasser Boy. Boah, ich bin ein krasser Boy. Oliver, ich bin ein krasser Boy. Boah, ich bin ein krasser Boy. Oh, so darf man so kommen. Wiederhol. Wir schaffen das. Easy. Skussguss. Ja, mein Aim. Aim on point. Schütz! Ja! 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 Ich bin ein Spall. GG, Leute. Der eine hat gar nichts getroffen. Leel. I made it. Jetzt liegt es bei dir. Bring die Mission zu Ende. Wir haben einen Krieg erhoben. Wir haben einen Krieg erhoben. Ja, danke. Mann, Mann, Mann. Diese Runde wird ja wild. Wie es hier weiter geht. Und ob ich mit dem mehr rede. Und wer ist das eigentlich? Wird dir in der nächsten Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ronald1. Ciao. Wann ich mit Videos wieder anfange, wer weiß. Bis zum nächsten Mal.